Guten Tag und herzlich Willkommen. Mein Name ist Bernhard Rettig von Remaxeco in Gensandorf. Ich melde mich heute wieder mit einem Objekt in Weikendorf, zu dem wir exklusiv beauftragt sind, es zu verkaufen. Weikendorf, eine schöne, landschaftlich-idyllische Gemeinde, unmittelbar angrenzend an die Bezirksstadt Gensandorf mit guter Bahnverbindung, Volksschule, ansprechender Infrastruktur. Wir befinden uns hier am Ortsrand von Weikendorf. Mein Blick streift da über das Machfeld, das angrenzende Oberweiden. Siedlungslage, wenig verbaut, guter Ausblick, wenig Lärm. Hinterm Haus fließt der Weidenbach vorbei. Soweit die ersten Eindrücke vom Garten, von diesem wunderschönen Garten mit dem tollen Ausblick. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach innen. Dort werden Sie noch einige schnelle, kurze Details erfahren, um einen noch bleibenderen Eindruck von diesem Angebot zu erhalten. Bis bald! So, im hochwertig ausgestatteten Wohnzimmer angekommen. Noch ein paar Daten, ein paar Eckdaten zum Haus. Das Haus wurde 1970 gebaut, ist voll unterkellert. Wohnfläche auf einer Ebene, ca. 96 Quadratmeter. Grundstücksgröße 630 Quadratmeter mit eben den vorher schon gezeigten schönem Garten. Rechts von mir die sonnige Terrasse mit Blick Richtung Weidenbach, Oberweiden. Im Keller befindet sich die Gas-Zentralheizung, welche alternativ auch mit festem Brennstoff betrieben werden kann. Ich bin sicher, wir haben Ihre Interesse geweckt. Freue mich auf einen Besuch. Möchte noch einmal darauf hinweisen, 9. März Open House, bitte Voranmeldung. Das Interesse wird doch spürbar sein, so wie wir das jetzt einschätzen. Daher ist es wichtig, vorher mit uns Kontakt aufzunehmen. Und ich bin sicher, Sie werden zufrieden sein mit dem, was wir Ihnen da zeigen. Vielen Dank. Ich bin sicher, Sie werden zufrieden sein mit dem, was wir Ihnen und ich bin sicher, Sie werden zufrieden sein mit dem, was wir Ihnen haben. Abschließend noch ein schneller Hinweis. Auf dem Grundstück befindet sich auch eine Doppelgarage, wie Sie hinter mir sehen. Bietet ausreichend Platz für zwei Autos oder für Basteln oder für Motorrad oder was auch immer. Ist, denke ich, noch eine wichtige Zusatzinformation. Ergänzend noch kurz zur Erklärung. Was sind unsere Beweggründe? Warum machen wir diese Videos jetzt immer häufiger und immer öfter? Es geht darum, Ihnen einen ersten, schnellen, einfachen Eindruck zu vermitteln. Ein Bild, ein Video sagt mehr als tausend Worte. Für uns ist es wichtig, dass Sie aufgrund der Informationen, die Sie von uns kriegen, bestens vorbereitet zu diesen Besichtigungsterminen kommen. Wir wollen weder Ihre Zeit noch unsere Zeit vergeuden. Deswegen ist es uns ein wichtiges Anliegen, Sie möglichst optimal auf dieses Haus, das wir da anzubieten haben oder die Wohnung einzustimmen. Das ist der Grund, das sind unsere Ideen, warum wir Ihnen dieses Video zeigen, präsentieren.